Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die türkische Armee verfügt über eine Reihe von gepanzerten Fahrzeugen und Panzern, darunter der Kampfpanzer Altai, die minengeschützten Fahrzeuge BMC Kirpi und die gepanzerten Mannschaftstransporter Pars. Diese Fahrzeuge sind für die Mobilität, den Schutz und die Feuerkraft bei militärischen Operationen unerlässlich. Und heute zeigen wir euch die 10 besten gepanzerten Fahrzeuge und Panzer der türkischen Armee. Kirpi Der Kirpi ist ein türkisches, minenresistentes, hinterhaltgeschütztes Fahrzeug, das von der türkischen Firma BMC entwickelt wurde, um eine Anforderung des türkischen Landstreitkräftekommandos zu erfüllen. Minengeschützte Fahrzeuge wie der Kirpi werden in der Regel in Gebieten eingesetzt, in denen eine Minengefahr besteht. Dieses türkische Fahrzeug wurde speziell entwickelt, um der Explosion von Minen und improvisierten Sprengsätzen standzuhalten. Der Kirpi basiert auf den Fahrzeugkomponenten des Militärlastwagens BMC 235-16P. Seine gepanzerte Wanne bietet Schutz gegen panzerbrechende 7,62x51mm Geschosse und Artillerie-Granatsplitter. Dieses gepanzerte Fahrzeug hat einen V-förmigen Rumpf, der Minensprengungen ablenkt. Der Kirpi hält Minensprengungen stand, die einem Gewicht von 8 kg TNT entsprechen. Dieses Fahrzeug bietet je nach Konfiguration Platz für 6 bis 10 Fahrgäste. PARS Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen PARS ist eine neue Konstruktion, die von der türkischen Firma FNSS in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma GPV entwickelt wurde. Der PARS wurde damals 2005 mit einer 8x8 Fahrgestellkonfiguration der Öffentlichkeit vorgestellt, ist aber auch in 4x4 bis 10x10 Konfiguration erhältlich. Der PARS ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenen Bewaffnungen ausgestattet werden, einschließlich Außen- und Turmbewaffnung. Die Panzerung des PARS bietet einen Rundumschutz gegen panzerbrechende 7,62mm Geschosse. Bei Bedarf kann eine Zusatzpanzerung angebracht werden. Das Fahrzeug hat eine V-förmige Wanne für verbesserten Minenschutz. Es scheint, dass die Minenexplosionen des PARS 8kg TNT unter jedem Rad und 6kg unter der Wanne entsprechen. Der 8x8 PARS hat eine Besatzung von zwei Personen und kann bis zu 12 Soldaten befördern. Anstelle der Truppen können über 8 Tonnen Fracht befördert werden. ARMA 8x8 Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen ARMA wurde als privates Unternehmen von Otocar entwickelt, um eine Anforderung der türkischen Armee nach einem amphibischen gepanzerten Radfahrzeug zu erfüllen. Dieses Fahrzeug hat eine geschweißte Stahlwanne. Es scheint, dass die Grundpanzerung einen Rundumschutz gegen panzerbrechende 7,62mm Geschosse und Artilleriesplitter bietet. Für ein höheres Schutzniveau kann eine Zusatzpanzerung angebracht werden. Es ist wahrscheinlich, dass der ARMA 8x8 Explosionen standhält, die 8kg TNT entsprechen. Dieser gepanzerte Mannschaftstransportwagen kann mit verschiedenen Bewaffnungen ausgestattet werden. Prototypen wurden mit einem abgeschirmten 12,7mm Maschinengewehr und einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet, die mit einem 12,7mm Maschinengewehr bewaffnet ist. Auch Otocar schlägt eine Version mit seinem ferngesteuerten Mitzrak-30-Turm vor, der mit einer 30mm Kanone bewaffnet ist. Die Bewaffnung des ARMA 8x8 kann also ganz auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden. Der turmlose ARMA 8x8 hat eine Besatzung von zwei Personen und bietet Platz für 10 voll ausgerüstete Soldaten. AV8 Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen AV8 auf Rädern wurde von der türkischen Firma FNSS entwickelt. Er basiert auf dem FNSS Pars 8x8 APC. Der neue AV8 hat im Vergleich zum Pars einen verbesserten Schutz. Der Frontbogen bietet Schutz gegen 14,5mm panzerbrechende Geschosse. Der Rundumschutz ist gegen 7,62mm panzerbrechende Geschosse. Das Fahrzeug hat eine V-förmige Wanne, die einen besseren Schutz gegen Landminen bietet. Der AV8 hält eine Sprengung von 8kg TNT unter jedem Rad und 6kg unter der Wanne stand. Die häufigste Version des AV8 ist mit einem DNL LTC-30-Zwei-Mann-Turm ausgestattet. Das Fahrzeug ist mit einer vollstabilisierten 30mm Kanone mit doppelter Zuführung bewaffnet. Außerdem gibt es ein koaxiales 7,62mm Maschinengewehr. Eine weitere, jedoch weniger häufig anzutreffende Version des AV8 ist mit einer 25mm Sharpshooter-Kanone und einem koaxialen 7,62mm Maschinengewehr ausgestattet. Dieser gepanzerte Mannschaftstransportwagen hat eine Besatzung von 3 Personen, einschließlich Kommandant, Richtschütze und Fahrer. Er kann etwa 11 Mann befördern. AIDA YALCIN Der AIDA YALCIN, ein neues Mitglied der AIDA-Fahrzeugfamilie, ist ein taktisches gepanzertes 4x4-Kampffahrzeug, das von Nurol Machina entwickelt und hergestellt wird. Der AIDA YALCIN bietet einen hohen ballistischen Schutz und kann für verschiedene Missionen eingesetzt werden, unter anderem für Aufklärungs-, Führungs- und Kontrollzwecke, sowie für die innere Sicherheit. Das Fahrzeug ist in erster Linie für die Nutzung durch türkische Militär- und Sicherheitskräfte vorgesehen. Das Fahrzeug ist mit optional integriertem, ferngesteuerten und manuell bedienbaren Waffenstationen ausgestattet. Es ist mit zwei Kanonenöffnungen auf dem Dach ausgestattet. Die optionale Bewaffnung des Fahrzeugs umfasst 7,62 mm und 12,7 mm Maschinengewehre, eine 25 mm Flugabwehrkanone und einen automatischen 40 mm Granatwerfer. Der V-förmige Rumpf des AIDA YALCIN bietet ein hohes Maß an Schutz gegen improvisierte Sprengsätze, Minen und ballistische Bedrohungen. Das Fahrzeug kann zusätzlich mit Rauchgranatwerfern ausgestattet werden, um die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Der YALCIN verfügt über eine ergonomische und bequeme Sitzanordnung, die bis zu 11 Personen Platz bietet. ALTUK Der ALTUK ist ein neues türkisches gepanzertes Kampffahrzeug. Er wurde von BMC entwickelt. Dieses Unternehmen ist auf die Herstellung von LKW und Bussen sowie von Militärfahrzeugen spezialisiert. Der ALTUK wurde von Anfang an so konzipiert, dass er eine modulare Decke hat. So können aus einer Grundkonstruktion verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Waffen und Missionssystemen hergestellt werden. Der ALTUK hat einen modularen Schutz. Die Stufen des ballistischen Schutzes und des Explosionsschutzes können je nach Missionsanforderungen angepasst werden. Er verfügt über ein Feuerlösch- und Explosionsunterdrückungssystem. Zu den weiteren Verteidigungssystemen gehören ein Lasererkennungs- und Warnsystem sowie ein Schusserkennungssystem. Der ALTUK wurde in zwei Versionen vorgeführt. Der ALTUK 8x8 ZPT ist ein gepanzerter Mannschaftstransporter, während der ALTUK 8x8 ZMA ein Schützenpanzer ist. Die Entwickler berichten, dass der ALTUK sogar einen 105mm Geschützturm tragen kann. Dieses Fahrzeug wird von einer dreiköpfigen Besatzung bedient und kann neun Absetzer befördern. Zaha Der Zaha ist ein neuer türkischer amphibischer gepanzerter Mannschaftstransporter. Er wird auch als Marineangriffsfahrzeug oder MAV bezeichnet. Er wurde von FNSS entwickelt, um die Anforderungen der türkischen Marine zu erfüllen. Dieses sperrige Amphibienfahrzeug wurde entwickelt, um auf See von amphibischen Angriffsschiffen zu starten. Der Zaha ist seetüchtig und kann kurze Strecken auf offener See schnell überwinden. Er wurde für das gewaltsame Eindringen in feindliches Gebiet konzipiert. Dieser gepanzerte Mannschaftstransporter hat einen hydrodynamischen Rumpf aus einer Aluminiumlegierung, der gepanzert ist. Der Aluminiumrumpf hat eine weitaus höhere Steifigkeit als Stahl. Dadurch konnte die Anzahl der Verstärkungsstrukturen reduziert und ein besserer nutzbarer Innenraum geschaffen werden. Die Panzerung des Zaha bietet Schutz gegen Handfeuerwaffen und Splitter von Artilleriegranaten. Der Zaha ist mit einem unbemannten Geschützturm ausgestattet. Er ist mit einem schweren 12,7 mm Maschinengewehr und einem automatischen 40 mm Granatwerfer bewaffnet. Der Zaha wird von einer dreiköpfigen Besatzung, bestehend aus Kommandant, Richtschütze und Fahrer bedient. In seinem geräumigen Frachtraum kann er 21 Abrüstungen transportieren. Tulpa Der Tulpa-Schützenpanzer wurde von Otoka als privates Unternehmen entwickelt. Der Tulpa hat eine modulare Panzerung. Es sind drei Schutzstufen verfügbar. Das Gewicht dieses Fahrzeugs kann je nach Schutzstufe 25, 35 und 40 Tonnen betragen. Es scheint, dass der vordere Bogen des Basisfahrzeugs Schutz gegen 25 mm panzerbrechende Geschosse bietet. Der Rundumschutz ist gegen 14,5 mm Geschosse. Es scheint, dass dieses Fahrzeug 10 kg TNT-Sprengungen überall unter der Wanne übersteht. Der Tulpa ist mit dem unbemannten Geschützturm Misrak 30 ausgestattet. Er ist mit einer 30 mm Kanone mit Doppel-Lafette und einem koaxialen 7,62 mm Maschinengewehr bewaffnet. Auch dieser Turm kann mit Lumtas Langstrecken-Panzerabwehr-Lenkraketen ausgestattet werden. Der Tulpa ist mit fortschrittlichen Beobachtungs- und Zielvorrichtungen ausgestattet. Dieses Fahrzeug hat viele gemeinsame Subsysteme mit dem Kampfpanzer Altai. Der Tulpa bietet Platz für 8 voll aufgerüstete Soldaten. Kaplan 2014 begann die Türkei und Indonesien mit der gemeinsamen Entwicklung eines neuen mittleren Panzers, nachdem die indonesische Armee einen neuen mittleren Panzer angefordert hatte. Der neue Panzer wurde gemeinsam von FNSS, Türkei und Pt Pindat, Indonesien entwickelt. Der Kaplan ist mit einem Kokarill 3105 Zweimann-Turm ausgestattet. Der Turm wird in Belgien von CMI Defense hergestellt. Er ist mit einer 105 mm Hochdruckkanone mit vollgezogenem Lauf bewaffnet. Diese Kanone hat eine maximale Reichweite von 4 km. Dieser Panzer verfügt über einen modularen Panzerschutz. Je nach Einsatzanforderung kann eine Zusatzpanzerung für ein höheres Schutzniveau angebracht werden. Der Rundumschutz ist gegen 14,5 mm panzerbrechende Munition. Die Zusatzpanzerung bietet Schutz gegen 25 mm panzerbrechende Munition. Er hält Sprengungen stand, die 10 kg TNT an Beliebbarsteller unter der Wanne entsprechen. Altai Der Altai ist der offizielle Name des neuen türkischen Kampfpanzers. Er ist nach dem berühmten Kommandeur des türkischen Kavaleriekorps benannt. Die Auslieferung der ersten Altai-Panzer an die türkische Armee begann im Jahr 2023. Dieser neue Kampfpanzer ist konventionell konstruiert. Der Altai nutzt einige Technologien des südkoreanischen K2 Black Panther, ist jedoch eine andere Konstruktion und keine Lizenzversion des Black Panther. Der Altai weist auch einige Konstruktionsmerkmale des Leopard 2 auf, der von der türkischen Streitkräften verwendet wird. Der Kampfpanzer Altai ist mit einer 120 mm L-55 Glattrohrkanone bewaffnet. Es handelt sich um eine Version der Rheinmetallkanone. Der Altai verfügt über ein Zielerfassungssystem mit Hunter-Killer-Fähigkeit. Der Panzerkommandant verwendet ein Panoramavisier mit Wärmesicht, um nach Zielen zu suchen. Sobald das Ziel ausgewählt ist, wird das Geschütz automatisch auf das Ziel ausgerichtet und der Richtschütze führt den gesamten Ziel- und Feuerungsvorgang durch. Das war's Freunde, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche der gepanzerten Fahrzeuge und Panzer euch am besten gefallen haben. Klickt auch auf den Gefällt-mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.